hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video der noppensteinstube ja heute habe ich mal wieder was von kobe seit langem ich habe wirklich lange kein kobe gebaut ich freue mich sehr darauf mal wieder was von kobe zeigen zu können und zwar den 1939er mercedes g4 aus der historical collection mit 434 teilen und einer minifigur und zwar in der limited edition so sieht die box aus limited edition hier gekennzeichnet habe ich bei kobe direkt bestellt ist nicht ganz günstig habe insgesamt 46 euro bezahlt irgendwie ein paar zerquetschte glaube ich porto kostet irgendwas um die 9 euro glaube ich weil das ja aus polen kommt also etwas teurer als die normale variante die glaube ich um die 25 28 euro liegt wenn ich mich jetzt recht entsinne es ist nicht viel extra an figuren dabei die anderen glaube ich immer noch eine extra limitierte figur das ist hier glaube ich nicht der fall berichte ich mich wenn es anders ist wenn die figur irgendwas besonderes hat aber ich glaube es ist dieselbe und es ist halt eine base mit dabei das kann ich euch hier hinten zeigen das ist halt das zusätzliche was ich persönlich sehr cool finde hätte ich auch echt gern bei jedem panzer dass man den auf so eine base mit namen stellen kann ist natürlich zum sammeln mega genial muss man ganz klar sagen wir haben glow in the dark steine ich versuche euch das nachher noch mal zu zeigen ob ich es hinbekommen sie leuchten wirklich nicht sehr stark aber das sind noch solche kleinen das finde ich sehr sehr genial und hat ein paar türen hier die figur mit dem koffer so sah das teil mal in echt aus wurde 1939 bis 1945 produziert in deutschland ist ein passagierauto und dann kommen noch so ein paar andere sachen mit acht zylinder höchstgeschwindigkeit 67 km h nur naja gut hatte neun sitze ok das hat das kobe modell hier definitiv nicht aber wir schauen mal rein zwar gibt es da noch eine kleine besonderheit die man bekommt dazu kommen wir aber gleich dann machen wir den karton mal in die ecke hier haben wir die bauanleitung typisch kobe halt was ich sehr schade finde diese komischen spielsammelkarten werden nicht mehr extra reingelegt fand ich eigentlich mal ein ganz nettes goodie aber jetzt muss man sie abschneiden um damit zu spielen hier ein paar panzer und flugzeuge von kobe noch hier hinten noch die weiteren autos habe ich leider verpasst den mercedes muss ich mir jetzt als normale version holen ich hätte ihn gern mit der base gehabt erzielen schon horrende preise bei ebay da fällt man wirklich tot um was die leute dafür zahlen der ist jetzt gerade zu bekommen den werde ich mal wahrscheinlich noch bestellen bauanleitung bauschritte von kobe immer ausgegraut ist hier bei den weißen steinen manchmal nicht so leicht ich habe tatsächlich ab und zu vergessen einen stein zu setzen weil ich mir auch nicht vorher die bauschritte raussortiert habe sondern einfach nach dem bild immer reingesetzt habe was reinkommt ich habe tatsächlich diesmal drei vier fehler gemacht also ich hatte diesmal die bauanleitung von kobe wirklich ein bisschen genervt also ist eigentlich top aber irgendwie war ich beim bau diesmal ja ich habe so viel immer vergessen dass jemand dachte ohne jetzt hast du da ja ein stein vergessen da ein stein vergessen also ja mit dem ausgrauen bei den grauen teilen die drauf kommen jetzt nicht die beste wahl muss man hier mal ganz klar sagen ansonsten bauanleitung wie immer top nehmen wir den karton schon mal zur seite und schauen uns dieses zertifikat an weil jedes dieser set ist halt nummeriert ich weiß leider nicht wie viele es gibt es ist wirklich so ein richtig schönes zertifikat mit so einer ja seidigen papier oberfläche die so ein bisschen sich anfühlt wie so zusammen also das ist irgendwie ganz cool dann haben wir hier die original unterschrift des ceo von kobe gut ist für mich jetzt wirklich eigentlich nichts wert ich habe lieber unterschriften von chris auf mein sachen macht natürlich hier nicht viel sinn aber das ist irgendwie für mich dann ein größerer stellenwert als die unterschrift von ihm hier vielleicht ist ja für den ein oder anderen von euch was wert keine ahnung ja auf nummer 552 da auch noch gleich eine coole sache dazu und dann steht hier ich denke mal es wurde mit übersetzer gemacht hiermit bestätigen wir dass das modell der 1939er mercedes g4 aus unserer serie historical collection ist komma hergestellt von kobe komma limitiert und gekennzeichnet ist mit einer individuellen seriennummer so hinten ist es weiß ist das zertifikat ich finde es ganz nett besonders dass es auch geschützt in so einer kleinen hülle hier kommt damit es nicht kaputt geht oder dreckig wird das finde ich ganz gut und dann ziehen wir uns das teil mal rein ich positioniere die kamera mal kurz um so da haben wir ihn fingerabdrücke auf der base inbegriffen also wer für 46 euro hier jetzt ein riesen modell erwartet nein es ist wirklich klein es ist schnell zu bauen aber es sieht verdammt gut aus das muss man ganz klar sagen hier vorne haben wir einen bedruckten kühlergrill mit dem mercedes stern drauf gedruckt und ein mercedes stern als stein der wird hier vorne so rein gesteckt ich hoffe ich verlieren jetzt nicht das finde ich richtig coole sache dieses teil mercedes stern als noppenstein hat man auch noch nicht so oft gehabt glaube ich oder ich glaube noch gar nicht das ding kommt wirklich mit acht rädern eins davon ist leider ohne fahrende funktion aber man kann es trotzdem drehen sind hier die ersatzräder auf jeder seite wir haben hier ein verdeck da kann man leider nichts mit machen dafür haben wir aber dann noch einen kofferraum und da kommen wir dann ich schütte ihn mal aus zum koffer der sieht nämlich so aus der anderen seite ist er leider hol also nicht wie bei den lego koffer den man zusammenklappen kann und diesen koffer kann man jetzt in den kofferraum packen das ist eigentlich eine witzige sache ich lasse ihn mal drin so wir haben komplett druck auf diesem modell das ist ja mittlerweile bei cobi nichts mehr mit aufkleber pad printed no stickers das ist ja den ihr motto was ich auch sehr löblich finde print 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 und noch ein print doch halt hier print print auf diesem kleinen stein und hier haben wir noch ein print über diese lange fliese also da kann man nicht meckern alles gedruckt wir gehen mal über zum fahrer da zeige ich euch gleich einen kleinen umbau den ich auch gemacht habe im auto weil das sonst nicht so gut gelöst war wie ich finde schauen uns einmal unseren mann hier an ich finde ihn wirklich richtig schön bedruckt auch auf der mütze das sieht wirklich gut aus hinten wie immer nicht bei cobi aber vorne vom feinsten sogar die stiefel gedruckt mit dem schwarz das sieht wirklich richtig nett aus coole figur dann kommen auch gleich mal zu dem punkt den ich hatte und zwar klappe ich mal die türen auf ich habe einen druck vergessen sehe ich gerade im moment natürlich da wollte ich die ganze zeit zu kommen ist hier zwei so eine eckigen slopes die bedruckt sind die überlappen also überlappen nicht die packt man aneinander da überlappt dann der druck und hier haben wir die nummer vom zertifikat auf den stein gedruckt das heißt jeder dieser steine ist wirklich ein unikat und das finde ich wirklich geil also da muss man sagen das ist mal richtig gut das wünschte ich mir bei anderen herstellern wo ich auch sehr gerne was sammeln dass das genauso gemacht wird einmal ein gruß nach dänemark hier drin baut man diese komischen kobe fliesen die halt ja ganz ganz dünn innen rein hier baut man keine gegen und hier macht man es eigentlich genauso jetzt kommt aber das problem hier drin ist noch ein kleines lenkrad das auf so einem stein ist es leider sehr sehr locker das ist nicht ganz so schön so und jetzt kommen wir zum problem was ich da habe den mann klemmt man hier halt so hinter das ist wirklich so blöde gemacht so jetzt haben wir den mann da drin jetzt macht man den arm so ein bisschen hoch richtung lenkrad und wenn ich jetzt dieses teil rein geklappt hätte und es wäre nach hier oben gegangen dann hätte der arm gestört und hätte die tür nicht so leicht angewinkelt zu bekommen wie sie eigentlich gehört ihr seht die geht sogar noch ein tick weiter rein hier es geht bei der jetzt nicht mehr wegen dem arm aber es ging noch weniger wenn da oben die fliese war also kleiner umbau tipp wenn man die figur reinsetzt sieht man es nicht dass die fliese umgesetzt ist und der mann sitzt besser drin und die tür geht besser zu sonst wird er im auto mal rüber gedrückt ach ich habe einen druck vergessen die scheibenwischer hier oben an der scheibe die sind auch gedruckt also deswegen nehmt diese fliese und setzt sie anders rein dann habt ihr da kein problem so sieht das ding hier drin aus hier sind die angeblichen neuen sitze irgendwo versteckt und wir machen das ding jetzt mal von der base ab so sieht die base aus hat natürlich das problem dass mächtig viele fingerabdrücke drauf sind wenn man das baut aber ich finde die wirklich schön gemacht auch unten drunter ist die mit mit super teilen ausgefüttert wo man die fliesen drauf drückt das ist schon fast zu schade die steine zu nutzen also ihr könnt eigentlich auch irgendwelche farben nehmen die ihr nicht mehr haben wollt zu hause vergilbte weiße steine baut die da drunter dann müsst ihr nicht die schönen kobe steine verballern die man da weghaut die sind nämlich alle in dieser farbe hier so ein dunkles grau fast schon zu schade muss man sagen das ist die base schön gemacht ich finde sie richtig gut dafür dass man die bei der limited edition dazu bekommt absolut genial das auto rollt natürlich und das ziemlich gut da kann man auch nichts zu sagen das ist wirklich nett jetzt haben wir hinten noch zwei türen die wir öffnen können dann können hier noch weitere soldaten da habe ich natürlich ein ja jetzt kommt noch weiter soldat achtung so und dann können hier noch ein paar leute mit fahren also es passen maximal vier leute hier rein mehr könnte ich drin sitzen also acht bis neun das wird verdammt eng aber es funktioniert also das schon mal eine coole sache ach Gott ich habe noch einen druck vergessen den druck finde ich sogar sehr schön mit silber hier hinten die klappe vom kofferraum hat natürlich auch druck drauf wenn man es so baut vergisst man dann nachher irgendwie die ganzen drucke die man da hat aber das ist richtig nice gemacht mit dem silbernen druck gefällt mir gut ja die glow in the dark steine das versuche ich euch gleich noch mal unten kurz im dunklen keller zu zeigen das sind halt diese beiden hier die kleinen und die großen die gibt es ja auch von lego aber die leuchten nicht wirklich gut also da hätte ich mir ein bisschen mehr wünscht es gibt ja glow in the dark stein ich meine wer masters of the universe kennt guckt euch da mal alles gearglow sachen an die man bekommt aus den 80ern bis heute die dinger leuchten richtig genial also da ist wirklich am leuchten vom feinsten das ist eine coole sache schönes teil dann zeige ich euch noch mal kurz die nacht beleuchtung so ich hoffe man kann hier was erkennen ich bin mal hier im dunklen gäste wc aber ich glaube das wird schwierig also die leuchten wirklich kaum das ist sehr sehr gering aber ich habe es versucht euch zu zeigen ja ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen ist natürlich nicht ja irgendwelche leds sondern nacht leuchtende steine ich finde es trotzdem eine nette ergänzung ist wahrscheinlich wenn man jetzt im zimmer stehen hat den ganzen tag licht oder sonne darauf geschienen hat dann leuchtet es vielleicht abends wenn es richtig dunkel ist und man kann es erkennen brauchen tut man es nicht es ist finde ich so ein kinderspiel feature was man als erwachsener nicht mehr braucht also dann lieber leds als klone the dark steine ja so viel mal wieder zu einem kobe video von mir ich hoffe es hat euch gefallen besonders da ich halt mal nicht das standard modell sondern die limited edition mir diesmal besorgt habe ich bin selber begeistert davon weil ich halt noch keine limited edition hatte mit diesem zertifikat und allem ich mag so ein schnickschnack drumherum auch wenn man es eigentlich nicht brauche ich meine das ding hängt sich hängt sich das jemand an die wand schreibt mir mal bitte in die kommentare ob irgendjemand von euch sich das ding rahmt und irgendwo hinhängt wenn ihr es macht ich finde es cool ich persönlich pack es in den karton und da bleibt es also ist eine nette ergänzung für mich persönlich jetzt nichts was ich aufhänge aber trotzdem cool wenn ihr sammelt und das ding vielleicht gerahmt dazu stellt sieht das vielleicht sogar richtig cool aus gibt ja so acrylaufsteller für die gastronomie wo man so ein ding reinmachen kann das was so schräg daneben steht macht sich bestimmt nice wenn man den platz hat aber coole ergänzung zu diesem set ich mag die limited edition ist jetzt bestimmt nicht meine letzte da werde ich glaube ich noch mal mehr ein zwei besorgen lasst einen daumen nach oben da wenn euch das video gefallen hat gerne einen kommentar gerne ein abo abo tut nicht weh und guckt auch mal bei meiner neuen kanal mitgliedschaft vorbei vielleicht ist das ja was für euch würde mich total freuen die noppensteinstube sagt tschüss bis zum nächsten tschüss